Hallo ihr lieben Bücherfreunde und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das ist jetzt mein zweiter Versuch, euch dieses Video aufzunehmen, denn in meinem ersten Versuch, was ich leider erst im Schnitt festgestellt habe, hatte meine Kamera das komplette Bild unscharf gemacht und ich weiß ehrlich gesagt nicht warum und ich habe es leider auch erst im Schnitt festgestellt. Nichtsdestotrotz möchte ich euch dennoch meine Top Bücher des letzten Jahres, also des Jahres 2019 vorstellen. Insgesamt sind es tatsächlich doch fünf Bücher geworden und um welche es jetzt handelt, das seht ihr jetzt. Bei der Zusammensuche meiner Bücher für dieses Video bzw. auch dem Durchforsten quasi meiner Liste, wo ich meine Bücher aufschreibe und für mich bewerte, ist mir aufgefallen, dass es sich bei meinen Top Büchern tatsächlich nur um Bücher handelt, die ich entweder 2019 zur Verfügung gestellt bekommen habe durch Rezensionsexemplare oder die ich mir 2019 selbst gekauft habe bzw. angeschafft habe. Was ich tatsächlich sehr interessant finde, aber eigentlich so ein bisschen negativ interessant finde, weil das sagt ja eigentlich auch aus, dass die Bücher, die ich mir vorher gekauft habe, also vor 2019, gar nicht so gut finde oder einfach nicht die Top Bücher für mich gewesen sind. Das kann natürlich einfach daran liegen, dass ich für die älteren Bücher einfach nicht die Top Bücher dabei war einfach oder sich dann doch ein bisschen mein Interesse sich verschoben hat und deswegen die Bücher für mich auch nicht mehr so gut waren oder für mich so herausragende Bücher waren. Da bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, was jetzt der Grund war, warum es sich tatsächlich jetzt nur um 2019 lange Bücher handelt. Ich werde das jetzt mal, glaube ich, so ein bisschen für mich beobachten, wie sich das in 2020 entwickelt, ob es am Ende auch nur 2020er Bücher sind, die meine Top Bücher wären. Ich bleibe mal gespannt und werde mir das mal auf einen Zettel schreiben beziehungsweise in meinem Kalender am Ende des Jahres notieren, um da das auch nochmal zu rekapitulieren, quasi am Ende des nächsten Jahres oder am Anfang des übernächsten Jahres, je nachdem. Bevor ich jetzt mit den Büchern weitermache, möchte ich euch gerne vorhin auch noch sagen, dass die Reihenfolge für mich ehrlich gesagt nicht jetzt ausstatgebend sind. Sie sind einfach nur nach der Größe hier sortiert auf meinem Stapel und ich werde sie einfach nacheinander abarbeiten. Sehr, sehr gleichwertig, beziehungsweise werde ich dann zu den einzelnen Büchern auch noch was sagen. Beginnen möchte ich mit dem schmalsten Buch von dem Stapel Bücher, die ich euch zeigen möchte. Aber es ist trotzdem durch seinen Text und durch die ergänzenden Illustrationen sehr, sehr tiefgreifend, wie jedenfalls für mich. Und aufgrund dieses Gefühl, was es bei mir weckt, beziehungsweise was es in einem bewegt, was es in einem bewegt, für mich ein Buch, was definitiv zu meinen Top 5 Büchern gehört. Und zwar handelt es sich um Khaled Housinis am Abend vor dem Meer aus dem Fischer Verlag. Hier wird uns die Geschichte des kleinen dreijährigen Alan Kurdi erzählt, welcher aus Syrien fliehen muss und leider ein sehr, sehr tragisches Schicksal erleidet. Dem einen oder anderen wird vielleicht der Name ein Begriff sein und wenn der Name kein Begriff ist, dann ist es am Ende vermutlich auch das Bild, was um die Presse ging. Ich möchte gar nicht so nah auf, ich möchte gar nicht so näher auf dieses Bild eingehen, weil ich finde, das ist schon ein Bild, was sehr, sehr tief, ja, unter die Haut geht. Und unter die Haut geht auch dieses Buch, meiner Meinung nach. Jetzt, wo ich auch über dieses Buch wieder nachgedacht habe, beziehungsweise über dieses Buch spreche, merke ich einfach, wie mir die Gänsehaut über die Haut läuft, wie, was für ein Gefühl ich beim Lesen hatte. Und ich finde, das ist das, was dieses Buch, ja, ausmacht, dass es für mich unter die Top-Bücher des Jahres 2019 gehört. Sicherlich kann ich jetzt sagen, okay, Kalle Schlusini ist ein Autor, den ich sehr, sehr gerne mag und seine Bücher sind für mich, gehen für mich immer unter die Haut, haben immer was Besonderes, aber vielleicht ist das dann auch einfach ein Autor für mich, der ja wahrscheinlich immer unter meinen Top-Büchern zu finden ist. Bei dem nächsten Buch, welches ich euch zeigen möchte, handelt es sich um ein Buch, was ich freundlicherweise vom Incel Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Nichtsdestotrotz, oder auch nicht deswegen, ist dieses Buch unter meine Top-Bücher gekommen, sondern einfach, weil ich es wirklich mag. Ich mochte den Stil der Autorin, ich mochte auch das Thema und wie mit dem Thema umgegangen wird, beziehungsweise wie es bearbeitet worden ist. Und zwar handelt es sich um Niemals ohne sie von Jocelyn Saussier aus dem Incel Verlag. Wir begegnen ja hier den Cardinals. Die Cardinals haben insgesamt 21 Familienmitglieder und ich rede hier nicht von Cousinen, Cousinen, sondern tatsächlich Eltern und 19 Kinder. Und diese Familie wird durch mehrere kleinere Ereignisse, aber tatsächlich durch ein großes Ereignis sehr, sehr geprägt. Und um dieses große Ereignis geht es hier tatsächlich darum, es wird uns von vielen verschiedenen, von eigentlich vielen verschiedenen, aber von einigen Familienmitgliedern erzählt, wie sie es empfunden haben und wie es ihnen dabei geht. Was mir in diesem Buch so gut gefallen hat, ist, wir bekommen zwar die Ereignisse immer wieder erzählt, aber immer aus einer anderen Perspektive und meiner Meinung nach tatsächlich nie langweilig. Und ich finde, das macht dieses Buch aus. Dieses doch immer wieder erzählende, aber nie langweilig. Und man bekommt immer mehr einen Eindruck von der Familie, man bekommt einen Eindruck von den Ereignissen, was es einfach mit dieser Familie gemacht hat. Ich mochte auch den Schreibstil von der Autorin. Eigentlich mochte ich dieses Buch tatsächlich sehr, sehr gerne. Und auch zu erfahren, wie so eine Familie aufgebaut ist mit 19 Kindern oder mit 21 Familienmitgliedern, war für mich sehr, sehr interessant. Und ich freue mich tatsächlich schon auf ihr anderes Buch, was bei mir hier liegt. Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gelesen, aber es wird definitiv 2020 passieren. Und darauf bin ich schon ebenso gespannt und hoffe, dass es mich ebenso begeistern konnte, wie das Buch Niemals ohne sie. Wenn ich mich für ein Buch entscheiden müsste, auch von diesen Top 5 Büchern, die mein Liebling quasi ist, dann ist es das Buch, was ich euch als nächstes zeigen möchte. Dieses Buch hat mich auf eine Art und Weise erwischt, die ich so gar nicht erwartet hätte. Und das, obwohl es sich um ein Rezensionsexemplar handelt. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz recht herzlich bedanken bei der Frankfurter Verlagsanstalt, weil ich dieses Buch einfach grandios finde und ich einfach finde, dieses Buch sollte eigentlich für jeder gelesen haben. Auch wenn ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht für jeden einfach was ist, weil es seine ganz eigene Art hat, seinen ganz eigenen Humor. Und ich befürchte, damit kommt nicht jeder klar. Aber was mich trotzdem noch sehr, sehr gefreut hat, ist, dass der Autor letzte Woche oder vorletzte Woche, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, für dieses Werk den Schweizer Literaturpreis erhalten hat. Und ich finde, das hat dieses Werk einfach verdient und ich hoffe, dass es dadurch noch mehr Menschen lesen werden. Tja, ich rede von dem Buch Ich bin, vor der mich meine Mutter gewarnt hat. Von Demian Lienhardt aus der Frankfurter Verlagsanstalt. Hier begegnen wir der Protagonisten Alba und wir begleiten sie durch ihr Leben, durch ihr rasantes Leben, ihr Leben bis in den Abgrund. Und ihr Leben wird beeinflusst von ungesunden Bedingungen, Beziehungen zu ihrer Mutter, zu ihrem Freund, zu ja eigentlich der ganzen Gesellschaft, in der sie aufwächst. Denn das Dorf ist so ein bisschen geprägt von sehr, sehr vielen Selbstmorden. Aber ihr Leben ist auch geprägt von Drogen, von Geldbeschaffung und so weiter und was alles damit einfach zusammenhängt. Dieses Buch hat mich, wie ich schon bereits sagte, sehr, sehr mitgenommen und sehr, sehr, hat sich sehr in meinem Herz gebrannt, einfach weil man immer das Gefühl hat, dass man sehr, sehr nah an Alba einfach dran ist und man sehr, sehr mit ihr mitfiebert beziehungsweise hofft, dass sie jetzt einfach die Kurve schafft und ihr Leben in den Griff bekommt und sich alles vielleicht am Ende doch zum Guten wendet. Der Humor hier, wie ich ihn bereits vorhin angesprochen habe, ist teilweise sehr, sehr bitter. Man lacht, also man schmunzelt im ersten Moment und das Schmunzeln vergeht einem im nächsten Moment auch schon wieder. Und ich finde, das macht dieses Buch einfach aus und ist ein Buch, was ich definitiv nochmal lesen möchte. Vielleicht jetzt nicht gleich 2020, dafür ist es mir einfach noch zu präsent. Aber ich denke, in den nächsten Jahren werde ich es definitiv lesen und es ist wahrscheinlich ein Buch, auch was ich noch sehr, sehr oft in die Kamera halte, weil ich es einfach sehr, sehr gut finde. Das zu diesem Buch und wie ich am Ende zu dem Buch noch gerne sagen möchte, lest es einfach. Ja, begebt euch in das Leben von Alba und ich hoffe, euch kann es genauso begeistern wie mich. Was ich sehr, sehr interessant finde, ist, dass von diesen fünf Büchern insgesamt drei illustrierte Bücher gewesen sind. Und ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen ja, mein neu gewecktes Interesse an illustrierten Büchern wieder. Ich würde nicht sagen, dass ich noch nie Interesse an illustrierten Büchern habe, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach neu geweckt worden ist und das spiegelt sich auch in meinem Jahreshighlight ein Stück weit wieder. Und bei den zweiten illustrierten Büchern handelt es sich und ich glaube, das ist für keinen ja eine Überraschung und zwar um das Buch Astrid Lindgren ihre fantastische Geschichte von den Autorinnen Agnes Margarete Piavon, wenn man sie so ausspricht, und der Illustratorin Lisa Asiatu aus dem Wow Books Verlag. Wer mich schon etwa verfolgt, weiß ja, dass ich die Illustratorin Lisa Asiatu sehr, sehr mag. Ich mag ihre Illustrationen, ich kann mich in jedes Bild quasi verlieben und bin ja sehr, sehr froh, wenn ich immer wieder ein Buch von ihr entdecke und so ging es mir jetzt auch in Kombination natürlich auch mit Astrid Lindgren so, dass ich dieses Buch entdeckt habe und sehr, sehr froh darüber war und ich mich quasi ja auch hier in diese Illustration ja verlieben konnte beziehungsweise ich sie sehr, sehr mag. In diesem Buch wird uns das Leben von Astrid Lindgren erzählt in ja viele verschiedene Abschnitte, die das Leben von Astrid Lindgren einfach geprägt haben. und untermalt werden diese Texte mit ja wunderbaren Illustrationen von dieser Astrid. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, weil ich diese Illustratorin einfach sehr, sehr mag und ich Illustrationen einfach wunderbar finde. Genau, man merkt aber an einer oder anderen Stelle zwar, dass es sich um ein Kinderbuch handelt und die Texte manchmal sehr ich würde mal sagen kindlich sind, aber ich finde als Erwachsener tut es überhaupt keinen Abbruch und man kann es trotzdem sehr, sehr gut lesen und ich finde man wird einfach mit den Illustrationen einfach wunderbar abgeholt auch aus Erwachsener und ja man kann hier immer man kann hier einfach ein wunderbares Buch entdecken. Was natürlich auch noch so ist, wer sich ein bisschen schon mit Astrid Lindgren befasst hat, natürlich auch hier nichts Neues entdecken, aber ich finde das tut dem Buch auch tatsächlich nichts ja Negatives anhaften. Ich mag dieses Buch Buch und auch das Buch kann ich eigentlich euch nur empfehlen. Damit sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Ich habe nur noch hier ein Buch, was ich euch ebenfalls gerne zeigen möchte und was auch zu meinen Jahreshighlights gehört. Ich habe es vor nicht allzu langer Zeit erst vorgestellt und zwar handelt es sich um das Stundenbuch des Jakominus Gainsborough von Rebecca Dautramer. Ich hoffe, sie spricht man so aus, aus dem Inselverlag. Auch dieses Buch habe ich freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen und die ersten Bilder, die ich gesehen habe, die haben mich einfach verzückt. Wie der ein oder andere vielleicht von euch weiß, habe ich ja selbst zwei Zwergkaninchen hier zu Hause und was bietet sich da mehr an als ja ein Bilderbuch beziehungsweise ein illustriertes Buch über Kaninchen zu lesen oder über ein Kaninchen zu lesen. Ich mag dieses Buch einfach, ich mag die Illustrationen, ich mag, dass es sehr, sehr viele philosophische Gedankengänge hier sind und man auch als Erwachsener, auch hier handelt es sich eher um ja ein Buch, das sich an Kinder richtet, was aber mit Erwachsenen gelesen werden sollte und aus dem Grund finde ich einfach, dass es auch total geeignet für Erwachsenen. Ich mochte, dass man hier viel viel auch als Erwachsenen entdecken konnte, dass man sehr, sehr innehalten kann, dass man über das Gelesene sehr, sehr gut nachdenken kann und sogar darüber Gespräche einfach führen kann. Das wäre das letzte illustrierte Buch, was ich euch gerne zeigen wollte und ich kann euch alle Bücher wirklich tatsächlich nur empfehlen. Das waren nun meine Jahreshighlight aus dem Jahre 2019. Mich würde natürlich noch interessieren, ob ihr eines der Bücher kennt beziehungsweise auch schon gelesen habt und natürlich, was eure Jahreshighlights vom letzten Jahr gewesen ist. Ja, da kann ich euch jetzt nur noch einen schönen Tag wünschen. Ich hoffe, ihr habt schöne Lesestunden. Bis dahin. Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020